So, Backstage-Spur begrüßen ist eine recht exklusive Sache. Denn die Backstage-Spur kann man wirklich nur bedienen. Wir machen heute einen Blick hinter die Kulissen. Soll noch wer reinkommen? Der Bürgermeister. Ihr dürft jetzt sagen, was ihr am Schaum küssen möchtet. Einer nach dem anderen. Ja, aber das machen wir. Wir machen das jetzt ganz individuell. Wir nehmen auf jeden Fall einen, der weg muss. Das ist klar. Ich glaube, der ist mir auch gleich angeschaut. Wir machen das jetzt so. Wir nehmen das als Referenz auf. Ach stimmt, man kann ja gucken, wo es sonst drin ist. In dem Fall, weil der ja ganz gut gepasst hat. Jetzt gehst du mal selber am besten. Schraubst du mir den mal auf. So, jetzt sind wir hier an einem Geschäft, was zum ersten Mal in Königfogen zu Gast ist. Und die Schausteller, die haben eigentlich immer sehr viele Sachen hier nach Deutschland gebracht. Die erste Döner gab es zum Beispiel auf dem Volksfest. Das erste Crêpe hat es auf dem Volksfest gegeben. Oben in den Behältern rein. Nicht so viele auf die Kelle. Genau, lieber zwei, dreimal, wenn die runterfallen. Das reicht. Genial. Genial. Ja, jetzt brauchst du einen Dreimal zum Beispiel. Ich bin eine Sprache und Angst. Ich bin ein, der wir hier ausbe eingenommen. Oh, das ist ein Tipp. Und du kannst. Ich bin eine Sprache. Häufig. Nein. Beim Abbau dürfen die auch gerne alle wiederkommen, denn alles was hier unten steht, muss mit der Hand auf und abgebaut werden.